Ho, 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 meine lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meinem heutigen Türchen des Adventskalenders. Heute mit einem Liebesroman, der mich in diesem Jahr besonders beeindruckt hat. Es ist A Love to Share von Beth O'Leary, ein Buch, das die liebe Ruth, glaube ich, vier, fünf Mal in diesem Jahr schon gelesen hat. Und ich habe es dann gehört, denn ich war total angefixt. Und es ist nicht beim Hörbuch geblieben, es durfte das echte, in die Hand nehmen Buch bei mir einziehen, denn es ist eine Geschichte, die mich besonders berührt hat. Wir haben zwei Protagonisten, wir haben Tiffy und Leon, richtig, und beide teilen sich eine Wohnung. Denn Tiffy arbeitet am Tage, kommt abends nach Hause und kurz bevor sie nach Hause kommt, geht Leon in seine Nachtschicht. Und beide haben so ein bisschen ihr Leben, beide haben ihre Hobbys, ihre Interessen, erleben auch Dinge auf ihrer Arbeit, die wir hier erfahren. Wir sind sehr innig mit diesen beiden verbunden, erfahren auch ihre jeweiligen Perspektiven von ihnen selbst, denn die Geschichte ist in zwei Perspektiven erzählt. Und ja, es fängt aber bei beiden dann so ein bisschen an, dass sie sich austauschen über Post-its, über Nachrichten, dass sie sich auch so ein bisschen kennenlernen, obwohl sie sich nicht sehen. Und das sind so die ersten Knistermomente und wunderbaren, herzerwärmende Momente, die mir besonders gut gefallen haben. Die Geschichte baut sich sehr langsam auch, auch die Freundschaft, diese Liebesgeschichte, sie ist sehr langsam erzählt. Man hat nicht den Eindruck, die rumpeln da in irgendwas rein und zack, es ist die große Liebe, sondern wir lernen eben beides sehr gut kennen, haben ihre Gedanken im Kopf, wir wissen, was sie fühlen, warum sie so fühlen, wo es hingeht. Und ja, wir sind ganz nah bei diesen beiden. Und das hat Beth O'Leary für mich wirklich sehr, sehr besonders an dieser Geschichte gemacht und konnte mich damit wirklich sehr, sehr begeistern und ja, konnte mich einfach packen. Der Schreibstil war sehr modern, sehr flüssig, er war sehr angenehm zum Zuhören, er war sehr tiefgründig, hat die Charaktere näher gebracht, war sehr emotional, hat nicht nur diese Liebesgeschichte in den Fokus gestellt oder dieses Wir, sondern jeden der beiden Einzelnen zusammen mit ihrem Leben, was sie eben zu dem Ich macht, das dann jeweils zu dem Wir wird. Und das fand ich sehr besonders an dieser Liebesgeschichte. Ich habe das Hörbuch gehört, das kann ich ebenfalls sehr empfehlen, denn wir haben zwei Perspektiven, die auch von zwei verschiedenen Sprechern gesprochen werden. Mein Problem mit dem Hörbuch war so ein bisschen, dass ihre Stimme doch ein bisschen lauter war als seine Stimme und man, wenn man ihn verstehen wollte, manchmal ein bisschen lauter machen musste, dann aber doch sehr erschrocken ist gefühlt, wenn ihre Stimme gekommen ist. Das fand ich ein bisschen schade, ich weiß nicht, ob sich das Audible vielleicht im Nachgang mal irgendwie noch angesehen hat, wahrscheinlich nicht, aber die Tonspur so zu vereinheitlichen ist ja eigentlich gar kein so großer Act. Für mich ist das wirklich ein Liebesroman, der mal etwas anderes ist, trotzdem sehr viele Dinge in sich hat, die eben einen Liebesroman zu etwas Besonderem machen können und uns eine wunderbare Reise der Liebe erzählt und ein wunderbares Zusammenkommen und welche Zweifel es da eben auch einfach gibt. Und es ist nicht immer so einfach wie in anderen Liebesromanen und dass das auch unsere Protagonisten einfach sehr erwachsen wissen und so im Leben stehen und ja auch so die ein oder anderen Probleme haben. Ich finde, dass das beide ganz wunderbar machen, dass das Beth O'Leary großartig geschrieben hat. Hat mir unglaublich gut gefallen und für mich ist das auch direkt schon im nächsten Jahr ein Re-Read-Kandidat, wo ich dann wirklich zum echten haptischen Buch greifen werde, um es einfach nochmal zu genießen. Denn die Idee ist toll, die Geschichte ist toll, es ist toll geschrieben. Es wird, glaube ich, im nächsten Jahr ein neues Buch von ihr herauskommen. Ich habe jetzt schon irgendwie mal das Datum gesehen, wusste aber nicht, ob es das Englische ist oder dann schon ins Deutsche übersetzt und ich freue mich sehr drauf und bin sehr, sehr gespannt, was wir von Beth O'Leary noch so ein bisschen erwarten können und ja, hatte meine große Freude mit Love to Share. Das war es jetzt auch schon, das neunte Türchen. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit und freue mich, euch im nächsten Türchen wiederzusehen. Macht's gut!